So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Okay, dann, dann. Toolshed? Achso, jetzt kann ich das machen. Ah. Retten wir ihn. Was machst du da? Bist du irre? Ist dir klar, was für eine Furzkraft man dafür bräuchte? Scheiße, das macht sein Arschloch. Was ist passiert? Der Neue hat mit dem Schlauch im Arsch die Lava weggefurzt. Oh. Schreibt euch da aus. Ich versuche, Supercrack zu stabilisieren. Au, fuck. Gerne. Was zur Hölle war das, du Arschloch? Das war eine Injektion ins Herz. Ich musste dich stabilisieren. Hast du komplett den Arsch offen? Du hättest mich umbringen können. Wo kriegt man sowas überhaupt? Im Netz. Supercrack, du hast viel abgekriegt. Geht ihr, ich stabilisiere ihn weiter. Hey, das war echt cool. Jetzt können wir die Lava entfernen, wann wir wollen. Wir sind ein klasse Team, Vollarsch. Jetzt haben wir das freigeschalten. Okay. Komm mit mir, Wunderarsch. General Disaster? Bist du da? General Disaster? Sie sind alle verbrannt, oder? Scheiße. Okay. Ich weiß nichts von irgendwelchen Katzen. Stich ihn, Moskito. Nein, ich weiß wirklich nichts. Au, das ist super nervig. Das Stechen geht weiter, bis du singst, Disaster. Wo sind die Katzen? Entspannend. Ah. Geht gut. So, darauf. Die ganze Lava rindt da oben. Kann ich auch da runter gehen? Nein? Okay. Dann folgen wir Humankind. Okay, Wunderarsch. Wir müssen auf den Wasserturm, um ein bisschen Folz-Kur-Action zu machen. Vergesst es, Ordnungsfanatiker. Hier ist Chaoszone. Und stell den da mal ruhig. Der ist super nervig. Jupp. So. Das können wir anscheinend zum Einsturz bringen. Oh, scheiße. Ich bin zwar der Schlauere, aber dir fällt sicher auch was ein. Okay, das bringt uns etwas näher. Mach weiter. Oh, das sieht nicht richtig aus. Okay. Dann machen wir das Retour. Nette Zeitmanipulation. Danke. Dann müssen wir es da kaputt machen. Jo. Der Weg ist immer noch versperrt. Ja, ja, warte ganz kurz. Warte ganz kurz. Gut, da kommen wir dann da rauf. Jetzt brauchen wir Toolsheet. Oder Chat. Keine Ahnung. Wir müssen einen Weg darauf finden. Und mit mir meine ich dich. So, komm her. Toolsheet, hab was du brauchst. Geil. Okay, ab geht's. Geiles Ding. Finde ich auch. Danke dir. Okay, wir sind startklar. Also rauf da. Jo. Ich bin schneller. Hahaha. Ich hab dich überholt. So, da ist nix. Es sind auch keine Yaois hier oben. Dann nehmen wir das mit. Na dann. Fliegen wir mal. Wow. Von hier oben kann man alles sehen. Haha. Und tschüss. So, das können wir wieder kaputt machen. Kriegen wir wieder Schrott. Hier haben wir wieder was drinnen. Hier können wir nix kaputt machen. Nach rechts können wir gehen. Nein. Gut. Dann über die Leitern. Und verbessertes Gegengift haben wir wieder erhalten. So, hier können wir wieder runter. Kann ich da auch rauf? Nein, da oben ist eh nix. Gut. Hier lang, Schnucki. Hallo. Ich komm gleich zu dir. Kannst du irgendwas gegen die Lava ausrichten? Ja. Kann ich. Tool Shad ist da. Na dann. Weg damit. Weg damit. Ja. Okay. Dann mal weiter voll Arsch. So, danke dir. Okay. Hier sehe ich mal nix. Hier drinnen ist vielleicht was. Schauen wir uns gleich an. Kann ich da rein? Ja. Ja. Okay. Mal kurz schauen. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Das ist... Hier ist was. Das ist ein Artefakt, oder? Nein. Moment einmal. Das ist von Captain Einsicht. Anscheinend. Das Geheimversteck. Aber ich schaue gerade. Wie kann ich denn das Wasser da weggeben? Gar nicht, oder? Dann machen wir den hier. So komme ich auch an die Kiste hinten ran. Oh, ein Artefakt wieder. Okay. Ansonsten gibt es da eh nix. Gut. Gut. Und ein Yowie hängt da auch nirgends. Kann ich das kaputt machen? Nein. Das kann ich kaputt machen. Okay, aber ansonsten kann ich da nix machen. Gut. Dann gehen wir wieder. Okay. Warten da vorne Feinde? Weil du dich da unten versteckst? Lava wird fließen. Chaos wird herrschen. Anscheinend. Zuerst mal alles mitnehmen. Ich gehe da auch unten entlang. Mal kurz schauen. Keine Gnade! Aber gegen die kämpfen wir. Komm her! Wir brauchen die Erfahrungspunkte. Auch wenn es nicht viel ist. Ab geht's. Oh, da sind viele. Jupp. Den einen tun wir mal verwirren. Den da. Oh, du machst mal der Blutungsschaden gegen den da. Kann ich den gleich wegräumen? Nein. Der hat nämlich die meisten HP. Gnade. Dieser Job ist nicht gut. Beuge dich Chaos oder zahle den Traum. Gut. Den Zug nehmen wir hinweg. Oh Gott, ein Arschloch hat dich gefreut. Toolshed. Okay, Moment. Wir gehen aber auf die da unten jetzt los. Oder auf die da oben. Ist eigentlich wurscht. Machen wir die da oben einmal weg. Das auch immer er sagt. Okay, Moment, Moment. Wir gehen auf ihn da. So, ich bin dran. Wir machen den hier. Geiler Scheiß. Jetzt wird's chaotisch. Akun ist weg. Oh, scheiße. Wir sind sie, die Heuschrecken. Hiya. Gott, Captain, der wenigstens belacht diesen jämmerlichen Angriff. Du bist nichts gegen den Meister. Warte. Hör. Selber. Moment, Moment. Wir müssen schauen, dass wir jetzt einmal wen wegkriegen. Der kann aber nur auf einen losgehen. Ah. Was ist, wenn ich den hier mache? Dann ist wenigstens mal der rechte weg. Wir können aber auch wieder Kuhn beleben. Das könnten wir auch machen. Dann tun wir Kuhn beleben. Willkommen zurück, Alter. Wurde auch Zeit. Das ist das Maximum. Kuhn auf der Jagd. Naja, gut. So, Blutungsschaden auf ihn. Gut, Herr Tionkuhn. Danke. Was sonst, Diabetes? Ich arbeite nur hier. Der hat vielleicht Nerven. Warum. Okay. So, ganz cool. Ganz cool. So, wir gehen auf ihn los. Kriegt er gleich Rückstoß auch. So. Der Typ ist eh blockiert. Der kann nichts machen. Sehr gut. Okay, mal schauen. Wir können den wegräumen. Auch ihn können wir wegräumen. Räumen wir ihn zuerst weg, oder? Der hat nämlich mehr Lebensenergie. So, einer ist mal weg. Käptn-Diabetes ist weg. So, Toolshed überlebt das. Der stirbt aber jetzt, oder? Nicht mal, der stirbt nicht. Okay, Moment. Ja, hauen wir den weg, oder? Runtergehen kann ich nämlich nicht. Das bringt sich nichts. Ah, Kylo! Bin ich jetzt endlich... Ja, bist du. Und jetzt... Ultimate! So, gewonnen. Sehr, sehr gut. Somit kriegen wir da oben nämlich auch den Schatz. Ein Rezept. Infernale Zeichenrezept. Ich habe keine Ahnung, was das kann. Aber gut, dass wir es haben. Da nach hinten gehen können wir nicht. Hinter den Laster können wir auch nicht gehen. Okay. Das schaut so aus, als würde man das kaputt machen können. Nein. Gut, geht nicht. Dann gehen wir weiter. Ich höre Katzen. Schrott, Schrott, Schrott. Hier rein wahrscheinlich. Meine Kuhnohren hören Katzen. Ja, 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 warte kurz. Keep out. Dafür brauchen wir anscheinend den Zugriffscode. Und hier ist wahrscheinlich Professor Chaos drinnen. Alias Butters. Oh, Leute. Ja, ja, ja. Wir gehen da mal rein. Hey, was zur Hölle? Wer ist das? Oh mein Gott. Der Selbstjustizler. Ganz genau. Der Kuhn. Und so ein kleines fettes Kind. Wo ist diese Katze? Das ist echt Qualitätswache. So eine Katze würde direkt an den Boss gehen. Du Idiot. Du sollst sie nicht erwähnen. Jetzt müssen wir die Scheiße umlegen. Okay, gehen wir es an. Dann mal los. Kuhnkrallen raus. Okay, was machen wir? Was sind diese Fässer da? Werden wahrscheinlich Schaden machen. Den würden wir erwischen. Ich weiß aber nicht, ob ich da Schaden bekomme, wenn ich da jetzt mit Kuhn durchsegle. Probieren wir es einfach mal. Ah, okay. Wir können das anzünden. Ah, scheiße. Ah, okay, gut. Er geht ganz zurück. Gut, gut, gut. Sehr gut. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Okay, wir gehen da her. Da erwischen wir den da. Wir können auch da her gehen, aber da erwischen wir dann... Nein, 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 nein. Wir gehen da oben und machen das da oben. Ab geht's. So, den können wir auch angreifen. Aber ich greife lieber oben an. Nämlich da hinten ist auch eine Tonne. Das heißt, der Typ vorher... Also vor der Tonne kriegt auch nochmal Schaden. Ab geht's. So, explodier. Perfekt. Explodier. Und gleich nochmal. Perfekt. Und gleich nochmal. Perfekt. Alles fackelt hier drinnen ab. Mach Glück für Diabetes. So, Diabetes. Was mache ich mit dir, ha? Erwischst du da wen? Nein. Das heißt, wir stellen dich mal... Ah, ich habe keine Ahnung. Wir stellen dich einfach mal da her. Du kannst wohl Hilfe brauchen. Okay. Okay, Callgirl. Die Foren feuern dich bestimmt gerade an, Callgirl. So, mal ganz kurz schauen. Das muss direkt vorne sein. Was kann das? Was ist das? Aha. Oh, das erwischt ja alle auf dem Feld. Da kann ich mir immer aussuchen, auf wen ich losgehe. Dann gehen wir auf ihn da. Dann ist er mal weg. Aber das kannst du auch von da hinten machen, gell? Ja, das geht. Ich finde das Signal. Das wird ganz bestimmt nicht sein Tag. Ihr wisst nicht, mit was ihr es hier zu tun habt. So, cool. Abwischst du den? Nein, auch nicht. Das heißt, wir lassen dich auch wieder da hinten. Und Zug beenden. Den hast du gar nicht gespürt. Jetzt müsstest du sicher für immer abhauen, oder? So. Nee, jetzt gehe ich erst richtig ab. Ah, das geht nicht. Mit Toolshed geht das jetzt nicht. Wartet. Nein, da steht auch der Kuhn im Weg. Okay, okay. Dann lassen wir ihn nochmal da stehen. So, Zug beenden. Und wir schießen einfach da gerade nach vorne. Das heißt, er kriegt 58 Schaden plus die Tonne explodiert auch nochmal. Ab geht's. Perfekt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ja, Diabetes. Keine Ahnung. Du kannst leider Gottes nicht so weit rambolen. Das heißt, wir stellen dich einfach mal daher. Ich übernehme das heute. Call, girl. Wir machen das gleiche noch einmal. Wartet jetzt einmal. Was kann das da? Wenn ich das hier mache? Aha, da ist er aggressiv auf sie. Nein, das wollen wir nicht. Das ist schon geil. Aber wartet jetzt. Das machen wir wieder von da hinten. So, ab geht's. Call, girl. Ist kein Passwort zu komplex. Fault Destroger. Netter Versuch. Ich weiß, dass dir dieses ganze Kämpfen nicht so liegt. Kuhn geil. Was, Kuhn? Augen zu, Kinder. Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen. Ja, das stimmt. Ab geht's. Ha, die haben überhaupt keine Chance. So, den Zug nehme ich ihnen jetzt weg. Einfach nur so, weil ich's kann. So, Toolshed. Ja. Wartet jetzt einmal. Was ist, wenn ich den hier mache? Von hier? Nein. Von hier? Nein. Weiter nach vor kann ich nicht. Dann heilen wir wen. Ach so, der ist eh voll. Diabetes. Gut, dann heilen wir halt Diabetes. Ist ja wurscht. Hauptsache, wir machen irgendwas mit ihm. So, und du... Moment, wir haben die Ultimate freigeschalten. Die würde ich mir aber gerne von Call Girl anschauen. Zug beenden. Diabetes fürchtet nicht. Zug beenden. So, und jetzt bin ich gespannt. Ah, das ist schon wieder so komisch platziert. Ich würde das aber trotzdem gern sehen. Ich erwische ihn nirgends. Ach so, sie greift alle Felder an. Das heißt, er ist auch da drunter. Gut, dann stellen wir dich daher. Und machen einmal... Was ist denn das? Flashmob verursacht bei allen Gegnern Schaden und eine Verteidigungsverringerung. Okay, ab geht's. Das waren alle Pokémon-Go-Spieler, oder was? Jim-Pokémon ist... Okay, gut. Ab geht's. Weiter geht's. 75 Erfahrungspunkte. Besser als nix. Kostüme haben wir wieder was gekriegt. Danke. Okay, okay, hör zu. Das hier ist nicht unser Ding. Der große Boss hat alle Syndikate unter sich vereint. Die Italiener, die Russen, die Sexquessler, alle arbeiten für ihn. Wir tun nur die Katzen bis in die Drogen und den Alkohol. Wer ist der große Boss? Er macht das nicht mal wegen Geld, Mann. Es heißt, er will einfach nur eine Welle von Gewalt auslösen. Wow, das hört sich gruselig an. Das ist gar kein Ausdruck dafür. Und jetzt wird der Boss erfahren, dass wir gesungen haben. Die sind tote Männer. Das war echt krass. Das war echt cool. Ah, da kommen wir schon durch, oder? Okay, ich werde insoweit neuer. Okay, Moment, warte. Äh, also null. Chaos, Chaos. Da steht nur überall Chaos. Okay. Chaos, 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 Chaos. Los geht's. Geiles Passwort. Ab geht's. Die Herrschaft der Ordnung ist vorüber, Kuhn in France. An den Chaos-Ballwerfern kommt niemand vorbei. Wir müssen irgendwie zu der Leiter kommen. Jeder Mensch und jede Kreatur auf Erden wird von Lava bedeckt sein. Okay, Moment. Hier können wir nix machen, oder? Doch. Okay, schauen wir mal. Ja, das Feuerwerk machen wir jetzt gleich mal an, ha? Ab geht's. Ab geht's. So, kann ich jetzt Cowgirl mitnehmen? Das ist nämlich nicht schlecht, was die kann. Achso, jetzt bin ich, ja. Chaos kommt sofort. Ist egal. Jetzt stehen die Chancen eher schlecht für Chaos. So, wir machen mal den hier. Wunder, schaut alles raus. Oh, das hat eine ziemlich lange Reichweite. Okay. Pandemonium. Okay. Kuhn, du greifst da mal an. Das ist ein bisschen mehr als nur ein Kratzer. Der geht wieder komplett zurück, okay. Alter. Chaos ist unausweichlich. Dass mir keiner an mein Werkzeug geht. So, was ist, wenn ich dich da herstelle? Ist die Maschine dann kaputt? Nein, aber wenigstens der Typ fällt weg. Das ist ja auch mal was. Diabetes Time. Du tust mal rumballen gegen den Typen da. Kriegt ein Schild. Nur Wahnsinn und Chaos erwarten dich. Entropie. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Los, Wunderarsch. Das kann ich nicht kaputt machen. Dann stellen wir uns da her. Nein, das geht auch nicht. Dann stellen wir uns... Ja gut, dann bleiben wir einfach da. Dann stirbt der Hintere wenigstens. Wunderarsch gibt Ihnen saures. Okay, danke. Für nichts. Ich habe ein gutes Gefühl bei der... Blutung. Ja, von der Gerechtigkeit durchgenudelt. Warum ausgerechnet müssen es Hunde sein? Okay, Moment. Viereck. Ja, einen würde ich damit treffen. Da würde ich zwei treffen. Dann machen wir das. So, Bier... Bier... Diabetes Time. Diabetes... So, dann gehen wir auf den Hund. Der ist auch gleich weg. Sehr gut. Ich gehe mal mit ihm da komplett retour. Und tun wir mal einen verwirren. Und zwar den da. So, der Hund kriegt Schaden. Jetzt wirst du zerfetzt. Okay, wir sollten aber auch schauen, dass wir diese Maschine da loswerden. Obwohl die... Die könnte noch... Interessant werden. Nämlich da hinten... Das sieht man ja. Da hinten kommt noch so ein Roboter. Ha. Entweder... Wartet jetzt einmal. Wer kommt denn jetzt ran? Als nächstes kommen die zwei vor mir dran. Dann kommt der Hund dran. Den Hund können wir aber weghauen. Gut, dann gehen wir mal auf den Hund los. Ja, du hast den Falschen erwischt. Oh, Heikit. Wir kämpfen jetzt. Nie, nie, davor Chaos oder verwirke dein Leben. Stirb, mickriger Mensch. Das Gute ist, dass er verwirrt ist. So, seine Ultimate... Den Zug nehmen wir von ihm weg. Entschuldigung, seine Ultimate. Seinen Zug nehmen wir weg. Dein Zug gehört jetzt zu den Friends. Keine Angst. Keine Angst, Toolshed. Du machst jetzt deine Ultimate. Erwischst du beide? Nein. Erwischst du nicht. Was ist, wenn ich da hergehe? Na, das bringt sich ja auch nichts, oder? Da, 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 da. Ich überlege gerade. Wir müssen aber Schaden gegen ihn machen. Gut, dann machen wir die Ultimate auf ihn. Oh, für die Gerechtigkeit gehobelt wird fallen Zähne. So, die... Gut, Diabetes. Hast du ihn weg? Nein, hast du nicht. Wir können aber so machen, dann wird er erschwert. Das ist auch gut. Machen wir den einmal. Können sie sich nur ein Ding bewegen. Also, ein Feld können sie sich dann bewegen. Du gehst komplett retour. Du bist jetzt da ganz, ganz wichtig, dass du da überlebst. So, Kuhn bekommt Schaden. Durch die Maschine. Die müssen wir auch noch wegkriegen, irgendwie. Das ist für Skrambles, ihr Bastard. So, du gibst ihnen einmal Blutungsschaden. So, er kann sich nur ein Feld bewegen. Das Problem ist, dass er Kuhn halt angreifen wird. Genau. Leg dich nicht mit den Kuhn an, Dummbatz. So, er wird jetzt Käpt'n Diabetes angreifen. Der hat eher ein Schild. Dein Angriff steigert nur mein Zorn. Und du haust ihn jetzt weg. Oh wow, habt ihr das gesehen, Leute? Naja, fast weg. So, wer ist dran? Ich bin dran. Du gehst weiter nach hinten. Und hast einmal die Maschine da weg. Den Roboter. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn & Friends. So, vor dir ist eh niemand mehr. Schieß nur. Ja, ja. Kuhn ist dran. Weiß nicht, wie der geschieht, aber es war definitiv der Kuhn. So, die Maschine kann wahrscheinlich auch überleben, oder? Es ist eigentlich ziemlich egal. Hauen wir den Typen da unten weg. Hier kommt der Kuhn. Ha, nimm das, Bitch. Sehr gut. Ah, genau, ja. Die Maschine kann überleben. Perfekt. Artefakt haben wir gekriegt. Nichts wie weg hier, okay. Artefakt haben wir gekriegt und 1,39 Dollar. Okay, wir machen aber hier jetzt wieder Pause. Part ist zu Ende. Und ich bedanke mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.